Der Erdläufer gehört zur Klasse der Hundertfüße. Er taktet seine Umgebung mit seinen Fühlern ab. Dabei ist er sehr flink und schnell. Grohe Segment besitzt der Erdläufer ein Beintrag. Dies ermöglicht ihm eine schnelle Fortbewegung. Er bevorzugt feuchte und dunkle Umgebungen und vergräbt sich daher gern im Boden. Man findet ihn aber auch im Laub oder unter Steinen.